Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP hat ein Programm vorgelegt, mit dem Steuern abgesenkt werden sollen, sowohl für Unternehmen als auch für Private. Bei den Privaten geht es um die vom Bundesfinanzhof verworfene Doppelbesteuerung von Renten. Hier muss nachgebessert werden. Ein sehr kompliziertes Verfahren und deswegen will ich hier auch nicht in Gänze darauf eingehen. Daneben gibt es das Bestreben der Bundesregierung, einen Pflegebonus auszuzahlen. Es gibt die Idee, ein Energiegeld auszuzahlen. Es wird hier etwas gegeben, dort etwas gegeben und immer ist die Sprache der Politiker so, als ob man Geld aus deren Taschen bekämen und man froh sein müsse, dass die Politiker von ihrem Reichtum etwas abgeben. Ob die Politiker reich sind oder nicht, ist eine individuelle Frage und ist jetzt auch nicht hier unser Thema. Ob sie genügend verdienen oder zu viel verdienen, zu wenig verdienen, ist auch nicht Thema unserer Diskussion, sondern die Frage ist, wo kommt denn das Geld her und was macht die Politik eigentlich? Die Politiker machen eigentlich nichts anderes, nicht mehr und nicht weniger, als unser Geld zu verteilen. Denn wir, die Bürger sind die, die Steuern zahlen, die Abgaben zahlen und die Politiker entscheiden dann aufgrund ihres Parteiprogramms, aufgrund der Einflussnahme von Bürgern, aufgrund ihrer Ideen und Gedanken, wie dieses Geld, das wir ihnen anvertrauen, verwendet wird. Und da stellt sich eben schon zunehmend durchaus die Frage, ob man mit dem, was die Politiker in diesem Bereich tun, zufrieden sein kann. Nehmen wir ein einfaches Beispiel, da wird ein Großflughafen in Berlin geplant, ob der sinnvoll ist oder nicht, ob der Standort sinnvoll ist oder nicht, lassen wir alles dahingestellt. Aber er soll zwei Milliarden Euro kosten. Am Ende kostet er sechs Milliarden Euro und niemand ist dafür verantwortlich. Keiner trägt die Verantwortung, keiner verliert seinen Job, keiner muss Schadensersatz sein, nichts passiert. Dreimal so viel Geld, obwohl der Flughafen genauso groß ist, wie er mal geplant war und nicht dreimal so groß, dreimal so viel Geld. Das gleiche gilt für die Elbphilharmonie in Hamburg, zehnmal teurer als projektiert oder für die Schnellbahnstrecke zwischen Paris und München, der Abschnitt zwischen Stuttgart und Augsburg oder Stuttgart und München wird S21 genannt. Prominent ist das Vorhaben geworden durch den Neubau des Stuttgarter Hauptbahnhofs, aber da hängt viel mehr dran, nämlich eine Schnellbahnstrecke, die dort gebaut wird. Und siehe da, erstens, das Projekt wird sehr viel teurer als geplant. Das, was Kritiker schon immer gesagt haben. Und man höre und staune, zwischen Ulm und Augsburg ist die Strecke noch nicht einmal projektiert. Wahrscheinlich, das ist im Moment in der Diskussion, wird da gar nicht neu gebaut werden. Das heißt, nichts mit Schnellfahrstrecke. In Ulm stocken die Züge ab und ab Augsburg nehmen sie dann wieder Fahrt auf. Dazwischen sind die Bauern dagegen, dass da gebaut wird. Es sind Anrainer dagegen. Keiner will einen Quadratmeter seines Landes abgeben. Und die Politik ist nicht mutig genug zu sagen, wir haben hier viele, viele Milliarden investiert in eine Schnellbahnstrecke und können jetzt nicht die 40 Kilometer zwischen Ulm und Augsburg einfach so lassen, wie sie war. Das macht überhaupt keinen Sinn. Diese Kette ließe sich fortsetzen. Es geht um Energieversorgung, um Energieleitungen, die nicht gebaut werden, die zu teuer werden. Es geht um viele, viele andere Maßnahmen. Diese Art der Geldumverteilung kann man sich leisten in einem reichen Land. Deutschland ist reich, aber nicht in einem Land, in dem das Ende des Reichtums absehbar ist. Und hier rede ich nicht von außenpolitischen Krisen, die uns vielleicht noch sehr hart treffen werden, sondern ich rede davon, dass wir in einer demografisch sich ändernden Gesellschaft leben, dass hier viele Leute in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen, in Pension, in Rente, dann nicht mehr arbeiten werden, nicht mehr produktiv am Lebensalltag teilnehmen, sondern eben vom Ersparten leben und von den nachfolgenden Generationen Rente beziehen werden. Wir reden davon, dass diese nachfolgenden Generationen nicht mehr so zahlreich sind. Das heißt, weniger müssen mehr aufbringen und deswegen sind einfach teure Sozialgeschenke auf die Dauer nicht finanzierbar. Es mag sein, dass künstliche Intelligenz, Robotik und Digitalisierung dort einen Ausgleich schaffen, aber wir wissen das heute nicht. Wir wissen nicht genau, ob das so greift, wie manche sich das erhoffen oder wann es greift. Und deswegen müsste eigentlich auf jeden Euro Acht gegeben werden, denn jeder Euro, der heute ausgegeben wird, kann morgen nicht ausgegeben werden. Die nicht stattgefundenen, die verlorenen Reformjahre der Merkel-Regierungen seit 2005, die werden noch sehr teuer. Denn es gab Zeiten, in denen es Deutschland sehr gut ging, in denen man Reformen hätte machen können, die sozial abgefedert sind. Da hätte man auch viel Zeit gehabt, bis die Reformen greifen. Jetzt wird der Zeitdruck immer größer und damit auch die Handlungsnotwendigkeit immer drängender. Gleichzeitig haben wir die große Aufgabe des Klimaschutzes vor uns. Auch das kostet sehr, sehr viel Geld. Gleichzeitig müssen die Unternehmen sich auf neue Märkte und neue Techniken einstellen. Nicht nur die Automobilindustrie auf das Auslaufen des Verbrennermotors und den Umstieg auf E-Motorik oder Wasserstoff betriebene Fahrzeuge. Alle Industriezweige, alle Wirtschaftszweige müssen sich umstellen. Ein riesiger Transformationsprozess. Und da stellt sich mir schon manchmal die drängende Frage, sind wir darauf geistig vorbereitet? Sind wir motiviert, das richtig anzupacken und weiterführende Industrienationen und Wirtschaftsnationen in der Welt zu bleiben? Wir müssen darauf schauen. Wir müssen realisieren, dass unsere Gesellschaft älter wird, dass damit auch die Sozialkosten höher werden. Der Gesundheitsbedarf steigt, die Pflegeeinrichtungen nachwachsen müssen, dass da auch mehr Personal vorhanden sein muss. All das kostet Geld. Und deswegen noch einmal ist es so ungeheuer wichtig, das Geld zusammenzuhalten und wenn es dann ausgegeben wird, zielgerichtet in die Zukunft auszugeben und nicht darauf möglicherweise bei Kommunal- oder Landtagswahlen Stimmen zu gewinnen. Sie, die Bürger, haben es in der Hand. Ich kann es nur immer wiederholen. Sie haben nicht nur die Möglichkeit, alle vier Jahre abzuwählen und ihr Kreuzchen zu machen, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, innerhalb dieser vier Jahre mit Ihren Abgeordneten, Ihren Bürgermeistern, Ihren Landräten, Ihren Kreistagsabgeordneten zu sprechen und zu sagen, hier drückt mein Schuh, bitte löse das Problem und achte darauf, dass bestimmte Dinge so gemacht werden und nicht anders gemacht werden. Nur wenn Sie das tun, wenn Sie stetig Einfluss nehmen auf die, die Sie gewählt haben, bzw. die sich Hoffnung machen, von Ihnen gewählt zu werden, nur dann sind Sie sozusagen Teil des politischen und gesellschaftlichen Systems und haben viel mehr Einflussmöglichkeiten, als nur alle vier Jahre das Kreuzchen in der Wahlkabine zu machen. Demografischer Wandel ist eine Kette von Herausforderungen. Demografie birgt aber auch viele Chancen und ich halte es für wichtig, vor allem die Chancen zu ergreifen. Dafür muss man sie erkennen und dann aktiv angehen. Mehr Demografie wagen. Das wünsche ich uns allen. Mit diesen Gedanken an den Tag wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag. Genießen Sie ihn.